Mit diesem kleinen Video wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Text mit unserem System zu ändern. Um Text ändern zu können, müssen Sie Ihr richtiges Passwort eingeben. Danach erscheint zu jedem Textfeld ein Button Text ändern. Ein Klick darauf und der Editor öffnet sich. Nachdem wir im Text einige Worte fett markiert haben, wollen wir nun einen Link erzeugen. Dazu öffnen wir das Link-Dialogfeld, geben die gewünschte Internetadresse ein und mit dem Button Zielseite definieren wir, dass der Link in einem neuen Fenster geöffnet werden soll. Ein kurzer Klick auf Speichern und die Daten werden dauerhaft gespeichert und sind ab sofort für Ihre Besucher sichtbar. Und dann können wir das Link in einem neuen Fenster geöffnet werden.